Heute im elften Türchen machen wir eine kleine Zeitreise. Zurück in alte Ping-Pong-Zeiten. Yay! Mit diesem kleinen Spiel steigt das Artig-Baometer da drüben hoffentlich wieder richtig ordentlich an. Und der Weihnachtsmann kann dadurch hoffentlich auch schneller genesen. Jap, jap, jap. Viel Zeit ist das ja nicht mehr. Und die Kinder freuen sich doch so doll darauf. Hm, und ich hab neulich in einem Film gesehen, wenn Weihnachten ausfällt, Schrecklersnacht, dann passieren ganz, ganz, ganz schlimme Dinge auf der Erde. Ja, hm, hm. Also müsst ihr euch jetzt dranhalten, liebe Elfen. Versucht das Spiel 3 zu 0 zu gewinnen und sendet einen Screenshot auf Animix Anjonocchi via ENS mit dem Betreff Elftes Türchen. Hm, zwischen allen Elfen, die das geschafft haben, werden 10 mal 5 Karotaler verlost. Bis bald. Tschüss. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö nö, nö 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 n